Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja Leute, neuer Tag, neue News, XRP News, XLM auch News. Abgesehen davon, Leute, haben wir sehr interessante News. Und um uns zwei und die Familie zu unterstützen, bleiben wir alle dran. Erstens haben wir natürlich die Auslosung von das Gewinnspiel. Das Ergebnis auf jeden Fall, die zwei Gewinner ziehen wir gleich aus. Whipple XRP, werden die vielleicht die Vereinigten Staaten verlassen? Das ist die große Frage. Abgesehen davon, XLM hilft mit seinen USDT, mit Überweisungen den Flüchtlingen in der Ukraine. Und anscheinend wird das schon jetzt länger benutzt. Und für mich ist das so langsam ein Pilotprojekt. Darüber sprechen wir und vieles mehr, Leute. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal kostenlos überall. Für Belech, for free, for free, dürft ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Und vor allem ein Like wäre auch sehr, sehr geil. In diesem Sinne, rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Bitwavo. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro. Und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. XRP, ADA, Shiba und andere Kryptos können über diese Zusammenarbeit für Einkäufe bei 400 Händlern verwendet werden. Also die Adoption schreitet immer weiter voran. Und zwar hat Binance Pay eine Zusammenarbeit mit Event Pay, einem internationalen Zahlungsdienst, angekündigt. Und ja, wie gesagt, die Adoption schreitet immer weiter voran. Krypto wird immer weiter genutzt werden. Und ja, geile Sache auf jeden Fall, die uns zeigt, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind, Leute. Abgesehen davon, Leute, haben wir hier einen sehr interessanten Artikel gelesen. Folgt Whipple dem Beispiel von Coinbase, in dem sie die Vereinigten Staaten verlassen. Und wird das wirklich passieren? Wird Whipple vielleicht doch die Vereinigten Staaten verlassen? Ich kann es mir nicht vorstellen, Leute. Aber es könnte durchaus passieren. Das ist ja schon öfters mal im Gespräch gewesen, dass Whipple auch die Möglichkeit hat. Es gibt viele Länder, die zum Brett Garling auch schon gesagt haben, hier, komm zu uns. Hier kannst du gerne mit Whipple, mit deinem Unternehmen, sag ich mal, da rüberkommen. Aber man muss sagen, Amerika ist sehr wichtig, auch für Whipple. Es ist natürlich nicht der größte Teil, in dem Whipple mit XRP reingeht. Aber es ist natürlich ein großer Teil, gerade regulatorisch, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass Whipple auf jeden Fall bis zum Ende jetzt kämpfen wird und trotzdem den Hauptsitz in Amerika aktuell auf jeden Fall noch erlassen wird. Wie es in Zukunft mehr aussehen wird, wissen wir nicht. Wir wissen, überall hat Whipple ihren Sitz oder mehrere Sitze. Hauptsitz natürlich, wie gerade erwähnt, Amerika. Aber ich bin gespannt, wie es da auch weitergeht. Ja, Whipple hat sehr viele Sitze, Luis, wie du schon sagst. Und überall sind die anscheinend willkommen. Sagen, hey, willkommen zu Hause, kommt zu uns. Sogar in den Arabischen Emiraten wurde gesagt, Brad Gangenhaus, David Schwarz, kommt her, ihr werdet scheich. Dann kriegen die so weiße Klamotten und dann, ja, dann läuft das auch. Dann geht es ab, ich sag's dir. Aber anscheinend wollen alle Whipple als Unternehmen bei sich zu Hause haben. Nur Amerika sagt, hey, du, du, du. Und ja, ist auf jeden Fall sehr heftig, was da abgeht. Klar kann ich mir vorstellen, dass Whipple in Amerika bleiben möchte. Wer möchte nicht zu Hause bleiben? Wir sind auch hier in Deutschland geboren, hier aufgewachsen. Und am liebsten würden wir auch hier bleiben. Aber wenn es in anderen Ländern viel lukrativer ist und wenn es in anderen Ländern vielleicht, wenn du da auf jeden Fall willkommen bist, dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass man vielleicht auswandert. Ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass es natürlich jetzt gerade mit dem Weltmachtswechsel vielleicht auch noch in den nächsten Jahren ein bisschen anders aussehen wird. Jetzt ist einfach gerade noch Amerika, sag ich mal, ganz, ganz oben. Und natürlich wäre es natürlich nicht schlau, seinen Sitz dann daraus zu verlegen. Aber ich kann mir vorstellen, gerade der asiatische Bereich ist, oder da ist Whipple sehr, sehr bullish. Und wie gesagt, die sind sehr, sehr bullish auf Whipple. So, hier haben wir auf jeden Fall was sehr Interessantes entdeckt. Und XLM wird anscheinend benutzt für Flüchtlinge. Und das ist sehr interessant. In Amerika wurden einige ukrainische Flüchtlinge unter anderem unterstützt. Und überall auf der Welt wurden unterstützt. Und anscheinend haben die Ukrainer, die Banken, einige Banken sind geschlossen und die konnten schön mit ihrer Kryptos da bezahlen. Und Gelder von A nach B wurden einfach mit Stellar Lumens, also mit XLM, einfach überwiesen. Und das war anscheinend gar kein Problem für die. Ja, gerade Ukraine ist sehr, sehr, sehr bullish, wissen wir, auf XLM. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie die DCs eingeführt werden. Und ja, eine Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, dass es auf jeden Fall vielleicht zwei verschiedene Arten gibt. Und unter anderem dann gerade für Retail-Investoren, die sowas wie XLM haben. Und wie gerade erwähnt, wir sehen es ja in der Ukraine, die jetzt schon sehr, sehr bullish auf XLM sind. Ja, das lässt sich natürlich die Amerikaner nicht nehmen. Amerika sofort hier, Gelder mit Kryptos. Auf einmal, da ist das gar kein Problem, weißt du. Dann wird dahin überwiesen. Da sollen die schön hier, die Testphase wird da auf jeden Fall beschleunigt. Und das sind für mich ganz klare Tests, was da stattfindet. Dann werden Gelder hin überwiesen und die sollen mal klarkommen im Alltag. Und anscheinend funktioniert das einwandfrei mit dem digitalen Dollar. Also digitalen Dollar in diesem Sinne mit USDT in diesem Falle und USDC, glaube ich. Aber es hat, ja, da sehen wir es auf jeden Fall. USDC spielt eine wichtige Rolle für Flüchtlingshilfe in der Ukraine. Und das hat anscheinend einwandfrei alles funktioniert. Ist jetzt auf jeden Fall rausgekommen, dass das anscheinend einwandfrei funktioniert. Und ich kann es mir vorstellen, dass das bald bei uns auch kommt. Ist ja die Adoption einfach, ne. Das muss man da ganz klar sagen. Das ist der Vorteil einfach von Krypto, den wir haben. Dass gerade in so einer Situation, sag ich mal, Krypto deutlich einfacher genutzt werden kann. Und das den Menschen, ja, den Zugang zu Geld natürlich vereinfacht. So, Ripple plant anscheinend 3,7 Milliarden Menschen der ganzen Welt zu helfen, die keinen Zugang zu Bankdienstleistungen oder allgemein, ne, zu Banken und, ähm, zu Gelder haben. Die wollen natürlich mit ihr digitales Geld, was dann kommen soll, mit XAPL über XAP, was weiß ich, was da alles stattfindet, Leute, soll anscheinend jetzt langsam mal in Angriff genommen werden, ne. Das ist für mich sozusagen, das sind alles so Zeichen, warum A, wir natürlich auf das richtige Pferd gesetzt haben, das ist anscheinend, nicht nur anscheinend, das ist definitiv die Zukunft, wenn die schon planen, 3,7 Milliarden Menschen hier zu sagen, hallo, hier, ihr könnt mit uns bezahlen und sowas alles und abgesehen davon, ja, ich find's nicht cool, aber es wird definitiv kommen, Leute. Ja, wie ich es dir dann gerade gesagt habe, Ripple sieht einfach da, die Lösung für das Problem, kostengünstige und ständig verfügbare Geldüberweisungen in Schwellenländern bereitzustellen und eine digitale Währungsplattform der Zentralbank für Regierungen zu schaffen. Also nicht nur XLM, sondern auch Ripple, also XRP, sind dabei, ne, Interoperabilität, mehrere Systeme, die nebeneinander laufen und, ja, die das ganze System irgendwann, ja, zum Laufen bringen, ob wir es wollen oder nicht. Es wird auf jeden Fall langsam ernst, ne, es wird langsam ernst, Luis, und ich find das richtig krass, was da gerade auf der ganzen Welt abgeht, ne. Klar, gibt es sehr viele Katastrophen und es gibt Sachen, die begrüßen wir gar nicht, aber das wird alles langsam, ja, Realität. Wir haben, wir reden jetzt schon seit ein paar Jahren davon, aber wir sehen immer mehr, dass das langsam, ja, Realität wird, was wir uns alles vorgestellt haben. Alles wird Realität, Luis, alles, das kommt alles, das ist nun mal so. Ja, Leute, jetzt haben wir hier mal wieder eine Prognose zu Ende der Klage. Na, nochmal als Disclaimer vorweg zu sagen, das ist keine Garant oder das ist nicht unsere Meinung, dass es dann endet, dass die Klage dann endet. Wir berichten einfach nur das, was jetzt natürlich wir an News mitkriegen und wollen darüber sprechen. Wir ändern das in der Vergangenheit natürlich schon sehr, sehr oft, ne, alles Glaskugel, keiner kann in die Zukunft gucken, aber hier haben wir nochmal ein Urteil zwischen der Ripple und der SEC, steht laut Rechtsextremium, Experten kurz bevor und sehen wir das Urteil schon nächste Woche und eine Preisexplosion von XRP. Ich will, ich möchte jetzt nur eins von dir wissen, Luis, ne, ihr habt diesen Artikel noch nicht gesehen, ist dieser Artikel von Johnny Deaton. Wenn dieser Artikel wirklich von Johnny Deaton ist, ne, dann ist Holland in Not. Dann ist er los. Dein Freund Johnny Deaton, der sagt gerne so etwas, da steht Rechtsextremium, das kann ich mir nur vorstellen, dass er Johnny Deaton ist. Keine XRP-Pro-Anwalt, ne, so. Ah, gucken wir mal. Johnny Deaton, hast du recht, ja. Wo steht das? Laut Krypto-Anwalt, Johnny Deaton, ein Experten für die Kryptowirtschaft, hat Richterin Taurus wohl noch nie einen solchen Druck verspürt wie jetzt. Und zwar sagt er dazu, erst mal, Sina, du hattest recht gehabt, ja, Johnny Deaton hat natürlich seinen Senf wieder zu abgegeben. Das ist ja das Ding mit Johnny Deaton, da haben wir in der letzten Zeit da schon öfters drüber gesprochen, da ist immer so eine gespaltene Meinung zu ihm. Man muss klar sagen, er verdient da natürlich viel Geld dran, auch da immer zu berichten, sag ich mal, immer im Mittelpunkt zu stehen. Es ist ein riesen Kult um ihn, muss man ganz klar sagen, die Seite kann ich komplett nachvollziehen. Trotzdem bin ich persönlich Fan von ihm, muss halt sagen, so, wir haben trotzdem coole News, die wir ohne ihn nicht hätten und es ist trotzdem ja ein Anwalt, der sich sehr stark für XRP einsetzt und da muss man natürlich immer ein bisschen abwägen, aber ja, gehört natürlich dazu. Jetzt ist die Frage, Luis, die ich dir stellen möchte, okay? Letzte Woche stand da noch XRP pro Anwalt, Johnny Deaton, jetzt steht, was stand jetzt? Rechtsexperte. Rechtsexperte Johnny Deaton, da stand da pro XRP, was weiß ich, Johnny Deaton, ja nee, wie viele Namen hat der Typ? Da muss ich zu seiner Verteidigung sagen, das hat jetzt, da kann er nichts für, das ist ja natürlich immer Clickbait von den ganzen Seiten. Jede Woche endet irgendwie die Klage bei den Johnny Deaton, also langsam machst du richtig in den Karton, Kabumm, ne? So Leute, und zwar haben wir letztes Mal schon zwei Stahlplatten verlost und wir haben nochmal ein Gewinnspiel organisiert und jetzt natürlich ist die Auslosung. Nochmal zwei Gewinne, einer kriegt die große Platte, einer kriegt die kleine Platte. Kurz und schmerzlos machen wir das jetzt auf jeden Fall. Fischi, alles Gute. Fischi 83, herzlichen Glückwunsch. Die große Platte geht auf jeden Fall an Fischi 83, herzlichen Glückwunsch. So, der zweite Gewinner ist auf jeden Fall Andreas May, herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch auch von mir an euch beiden, meldet euch bei uns und dann kriegen wir das einmal hin, dass die Platten zu euch kommen. Nochmal ganz, ganz großen Dank und ganz großen Dank auch an Alex jetzt speziell nochmal. Den Shop verlinken wir auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Ja, große Platte an Fischi, zweite Platte die kleine an Andreas. Das passt doch, das läuft doch wie geschmiert, Luis. Dann würde ich einfach mal sagen, Leute, um uns bei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, dürft ihr gerne diesen kostenlos, diesen Kanal wirklich kostenlos für Beläch, für nix. nur einen Klick hier draufdrücken, abonnieren, fertig ist die Sache. So einfach ist es. Schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr von den News haltet, was ihr denkt. Haben wir nächste Woche Klage, Ende und wenn ihr noch weitere Gewinnspiele sehen wollt, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Werd auch du einen Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. In diesem Sinne rein, Leute. Haut rein. Und unser Kurs sich wie Phönix von der Arsche trennt.